jo leute herzlich willkommen zu einer weiteren runde pubg player announce battlegrounds heute wieder mit der lieben lira und dem pjörn liras zweite runde player announce battlegrounds letztens kam ja lira hat erst mal battlegrounds gespielt und das ist jetzt ihre zweite runde weil sie ja weil wir ja letztes mal nicht gewonnen haben oder weil wir noch lust hatten noch eine runde zu spielen haben wir einfach gesagt kommen wir machen noch eine runde und ich wünsche euch da jetzt auch sehr viel spaß davon lassen es gibt gemeinsamer sprung vor Ort dann fliegen wir nämlich zusammen was nein will ich nicht nein was ist das so wir fliegen nicht folgen ich springe in meinen eigenen so du wolltest mir noch waffenkunde geben da rechts da noverpool wo wir markiert haben guck auf die minimap du kannst hier öffnen dann würde ich sagen wir gehen zu 60 zu 60 oder zu e zu e zu e wenn es bei e ist ich springe 60 oder so äh zu e na wenn es bei e ist warte ich springe in drei jetzt drei ja jetzt spring okay dann ja libra springt sieh mit mir also mit deinem nee libra springt ich bin björn ich bin hinter björn genau mein ping oh alter gott noch genau richtig geil ähm und zwar am anfang wirst du sowas wie pistils oder schrotflinten bekommen junge geht's dir gut und äh dabei ist die schrotflinte äh eigentlich eine ganz gute waffe weil die relativ viel schaden hat wenn du headshots machst ja ich fliege sowieso immer neben björn ähm ich gehe leicht jetzt links runter ich folge immer nicht mal björn dann zu den containern ein bisschen okay mein fallschirm ist draußen alter nein ich lande auf dem großen ding äh ja ich komme auch ein bisschen links runter bei der brücke ja okay ihr seid da dann ähm ich fliege noch schnell runter zu dem haus guck guck ich bin hier gleich warte da ich bin jetzt unten so ich bin auch achtung hier könnten aber viele andere sein ich hab vor scheiße ich bekomme damage wie das wartet noch ich komme mal schnell zu euch da ist ein motorrad links von uns ja ein motorrad ist nicht gerade so praktischer genau naja mit drei sitzen ah ja wartet ihr noch kurz oh fällt sich auf der weg okay erstmal ähm und wie gesagt nachdem du das hast kannst du gerne immer zur akm oder zur omp wechseln äh wenn du die auf jeden fall findest und dann könnte man wie gesagt geht man auf meistens auf nen loot drop um ne bessere waffe zu bekommen und mein internet ist jetzt mal wieder scheiße aber die aber die ne ich hab immer noch 108 warum habt ihr schaden fall der match und genau was auch heal und boosters angeht oh wir müssen tausend meter da ist das motorrad äh ich hab auch ein auto also ich hab hier ein bisschen muni und sie sag immer was du für ne waffe hast und was du für muni hast das steht hier dran also ich hab jetzt ähm in der s 600 ich hab eine revolver sagen was die waffe für ne muni braucht das steht doch neben dir ja ähm ich hab zweimal muni jetzt hier für die iris okay dann geh ich jetzt noch schnell tanke äh liera ich geb dir mal ein energy drink das kannst du dir dann gönnen das hier ist meine späterkanne plant vertikale halterung wie gesagt handgriffe die oh geil thompson handgriffe wenn die markiert sind und so dann kannst du die auch gerne mitnehmen und wie gesagt vergiss immer nicht einen helm mitzunehmen sehr gut und die bessere weste genau ich hab noch ein auto ich nehm jetzt mal nicht die ich hab halt einfach nur ne brechstange ich kann dir ne uzi oder sowas geben ich hab 2 2 uzi also ich hab nen botpunkt und ein holo allerdings nichts wo es das drauf machen kann lol liera du hast ja mehr damage genommen als ich ich hab 2 ich hab 2 6 ich hab 2 liera dann kommen zu mir da geb ich dir äh was Militärheim du hast ein Militärheim welche Level Stufe hat er 2 2 ok äh lol äh holo ist sehr gut das kannst du auf ne Waffe drauf machen ja liera ich steh jetzt neben dir ich werd dir was äh genau so liera ich steh jetzt genau hallöchen ich komm jetzt zu dir hoch geht das äh wir sollten da noch bei zeiten laufen äh hier ist ein Rucksack ein Rotpunkt fahren wir haben Autos wo stehst du ist jetzt wieder runter ne ich bin offen ich bin offen da Achtung da ist einer der ist direkt einer fuck äh bei bei S120 Achtung aus dem Weg fuck der ballert mich schon an was solle hab den alter da steht noch einer am Hang der kommt den Hang gerade runter ich muss nachladen ich seh halt nix durch wo wo kommst du runter bei SE bei SE hinter dem blauen Haus jetzt der geht links rum Louis geh weg ne warte ich muss den erstmal Alter ich kann jetzt jetzt ja hab ihn alter geil beide kampf und fähig ok so einer tot äh looted die ähm ich weiß nicht wo die anderen sind ich hab keine Munizung mehr oder doch jetzt ich hab komplette Internet-Leg alter ich hab ich dachte ja heute mal ich nehm die Vector mit und die Zweierweste den Zweihelm das nehm ich nicht mit weil der sehr angekratzt ist ok was hast du noch alles drin ähm ist da irgendwelche Munizung noch drin passt auf die da die haben noch zwei Mates also noch zwei Leute oder 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 zumindestens einen ähm warte 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 ne K geil das ist ne Sniper das ist die beste Waffe mit einer der besten Sniper im Spiel ey äh holt hier also so ne Thompson MP die kannst du mitnehmen wenn du ne die gegen ne Pistole oder ne Schrot austauschst ich tausch dir einfach gegen ne Anto aus oder ja ich wäre jetzt noch ein bisschen die Thompson mit ich tausch die ich tausch die ich tausch die gegen ne S auch wenn 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 ich hab legs oder so ne Vector ne traus nicht oh fuck die Border kommt auch aber ja warte ich hab legs ähm wo gehen wir noch hin äh wir müssen hast du jetzt schon alles gelootet oder wir müssen noch ja einigermaßen nehmt das Motorrad ja ja so dann steig ein wollen wir nicht noch hier hinten noch looten ne ne wir müssen in die Border die kommt in 30 Sekunden wir könnten die zur Locke überleben weil die nicht viel schein macht aber niemand will auch die geht äh lass dann bei Ruins auf den Berg oder so fahr auf die Brücke ja ich fahr auf die Brücke vorsichtig falls jemand ist ne ja ja wollen wir doch mal es gibt so oh ich kann ja genau ich mach ich fahren kann Louis ja ich hab grad war grad in der Karte und hab meinen Marker removed warte nimm lass das andere Auto nehmen oh ja lass lass das die rechte heute dir eigentlich auch noch einen Energy Drink geben aber warte kurz was ist das wenn das fahrbar ist oh oh die Border kommt da schon darf ich fahren du darfst mich übrigens nicht überfahren genau da fahr ich einsteigen komm fahr einfach zu gern hin ok ja warte kurz ich brauch ne zweite Waffe überhaupt noch mehr achto ja ich hab da vor uns kurz ähm die Border kommt da wir schaffen das easy du kannst auf die Karte gucken da siehst du so einen blauen Kreis der sich jetzt auf den weißen beschränkt Destiny Zone Destiny Zone das heißt ich könnte ein 8-fachs Visier sehr begrüßen da kann ich nämlich sehr geil ähm Headshots verteilen weil die macht die kann glaube ich ein 2er Helm mit ein leichtes durchdringen und die rote zone ist direkt hinter uns jetzt gerade aber mhm oh man die rote zone fällt sich so die wird angekündigt und dann kommen Bomben runter mhm und den Bomben kannst du die kannst du auch nicht sonderlich ausweichen naja weil die ja weil du weißt ja nicht wo die direkt kommen ähm wie viele Kiel sind ähm ich hab 2 ja achso ne ich fahr erstmal rein okay bevor ich irgendwie Louis ich hab ein 4er Fahrer Visier brauchst du das? ja das wär sehr nett da geb ich dir ein holo oder so aber du hast ja schon ein holo oder? ähm da rein oh fuck wo 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 raus nicht wer ich seh ich seh achso ne fuck ich tu mit der Sniper schien warte ich versuch dem ein Headshot zu erteilen von von rechts auch hab ihn einmal getroffen hab ihn hab auch keine Munition mehr jetzt äh von links auch von links 2 ja ich hab keine Munition Achtung ich werd angeballert ich werd angeballert von links da sind noch 2 eine Motorrad du ich hab einen kampfunfähig gemacht da ist ja aber noch wer anders Achtung Björn pass auf da ist noch einer mhm alter sehr geil ähm wir müssen aber wieder zurück zum Auto was ist ein besser DP 28 oder SKS? SKS ich glaub schon oder Achtung da ist noch einer direkt vor euch alter Saga alter alter ne du hast nicht du siehst das du siehst du rum ey ich nimm die SKS nimm die SKS ich nimm die blauen Dinger und immer noch eine blaue Jacke und die blutige Kampfer ich hab äh gute Waffen also von daher warte was warte was ähm die M16 A4 mitnehmen oder ne? ne 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 hast du Muni dafür ähm Lira ich dropp dir mal kurz was neben dem Auto ähm ja warte ich geb dir auch das äh das Ding Louis komm mal her äh ich weg dir das mal hier hin Energydrinks ich brauch ich brauch zwei Energydrinks achso dann nimm mal ne Rotpunkt brauch ich überhaupt schon jetzt hinterlassen ihr wisst dass die Borde direkt hinter uns ist aber da kommt brauchst du Rotpunkt? ne 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 alles gut ähm rüste ich mal Björn trink jetzt äh Lira ich geb dir mal was ich bin schon fertig teilweise ablehnen Lira nimm mal das nimm mal das nimm das was hier liegt aufheben ja komm lass einfach anstreben und 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 das nimmst du sobald wir anhalten nimmst du das und nicht bewegen okay dabei easy das ist ein Energydrink äh das Flugzeug falls da jemand ist ich kann snipen das Flugzeug ist direkt über uns das heißt ihr könnt mal aufpassen wo das äh eventuell droppt kann ich gut mit meinem Vivier so ich würd hier erstmal kurz den Loot dropen weil ich hab ne Ska mit nem 8er score was ist oh äh guck mal auf das Flugzeug ja ich hab's immer noch äh nicht mehr im Blick hat das irgendeinen Fallschirm hinterlassen mhm ah ne aber die Burla Louis die Burla die ist äh direkt neben uns ich weiß ja ich brauch auch äh äh ne zweite Waffe da meine erste jetzt leer ist lass mal hier anhalten oder die äh die Burla kommt immer näher na nein beim nächsten Mal hier in den Häusern am besten ok wir sehen genau warte ups äh wir müssen äh wir müssen wieder ein bisschen laufen Lira du kannst raus du kannst raus warte ich tu erstmal ähm den Energydrink nehmen hm nimm warte 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 wir müssen dann bei Zeiten wieder laufen wir haben jetzt bohr doch Problems ok ich hab den jetzt genommen ja war hier irgendwas drin ne das ist wahrscheinlich als Geburtstorn mhm da hinten könnten wir dann ja Lila ist jetzt los in die Zone nimm ich mal noch nicht naja brauchst du Rotpump Louis? ähm ne 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 alles gut ich bräuchte aber ein Vierfach wenn du mir das geben könntest ich hab ein Achtfach das hab ich nicht mehr das hab ich irgendwie hast du ein Achtfach? ich ja darf ichs haben? ich hab mal ne Dings ne Ska ja äh du kannst doch ah ok äh wir sollten dringend weiterfahren das ist ja schon im Auto achso ich hab ein holographisches Visier brauchst du das? ne ne ich brauch hat er hat mich vergessen eh alas george 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 ok wenn komm ich mag mag erst mal schieselte jule mir tada ony party ony la mobe ma 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 manso ähm Achtung da ist wer da ist wer rechts 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 Achtung ne granate ach was Achtung direkt neben uns rechts ist noch einer genau bei N genau bei N genau bei N wurde getötet hä er ist getötet er ist getötet der äh der Typ ich hab zwei kills äh Lira ah geil Achtung ich höre noch Schutz äh björn aber verschottet björn äh björn was ne gut ich dachte dass da war noch irgend ne das bin ich äh die zone mhm oh ja naja hier ist ein holo ja alles gut ich hab jetzt endlich mein lieblings zweifach visier gefunden ey brauch wenn links äh ein ho ne akm kannst du mitnehmen immer gerne akm und um p ähm warte warte welches tauschen äh was soll die sks oder die dda Achtung da ist noch einer am Berg wo ich hab den genockt heute ist die akm jetzt ja ey äh wer kann mir wer kann mir akm und die was ist akm oder was warte ich das siehst du wenn du guckst ja keine Ahnung ich hab die akm aber nicht bloß so ist ja geil äh ich hab hier noch ne Ska ich nehm die mal mit äh Leute hat jemand von euch noch äh 7k ja ja ich kann dir die ne warte ich nehm die um p wieder mit nimm du die Ska Muni warte ich 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 tu hier Ska und ähm die Ska Muni bitte ja liegt da ein bisschen daneben hat noch jemand 7,62 ja ja ich hab sehr viel ähm was brauchst du für welche liegt da ach so ne warte ich brauch die nochmal noch nie nehmen warte teilweise ablegen da liegt kann ich die nehmen ja klar kannst nehmen kommt hier ja Entschuldigung Scholz Dankeschön so Auja Border kommt oder ja nach links ein bisschen nach links ich weiß ich weiß ja ähm kann man alles das läuft äh ich mag das wäre mal geil mit Lira ein Chicken Dinner zu haben weißt du was ein Chicken Dinner ist winner winner chicken dinner der Gewinner Chicken Dinner gibt es immer wenn du gewonnen hast wir ja Achtung da ne Motorrad dachte schon bruh luiii oh nach hinten und nach rechts nein da war ne Brücke rechts das wo warte ne ich werde da lang fahren nein die Brücke wozu wir wollen aber nie auf die andere Seite auch eigentlich schon ja ist Banane wir sind eh mitten in Border links links ich weiß ich sag erstmal hier gucken ob wir hier was brauchen nein ne wir sind nach äh warte wenn wir drin sind genau hier fahr ein bisschen weiter dahin naja wegen der nächsten Border oder so damit wir länger bleiben können länger nächste Stadt sind die Ruinen das heißt in Ruinen halte ich mal an ok ja da fahr ich jetzt die Straße lang und ruhig äh Shots direkt vor uns vor uns sind Shots ich seh nicht wir gehen auf den Kill in ahja hier genau hier hab ich auch markiert oh wer hat geballert ich weiß nicht wahrscheinlich war ich da ok wartet geht in Deckung ah hier ist noch ein Medkit ich booste mich auch erstmal immer boosten nicht vergessen ich bin cool ich geh mal hier rein und guck mal wo das ist also Lira du kannst wenn du Energy trinkst brauchst auch immer sagen und so genau Lira geht da rein ok dann halt Achtung vor uns direkt vor uns mit ner Shally Shally vor uns mit nem Shally auf der Karte warte wo denn von 285 irgendwie genau ihr seht es auf der Karte guckt auf die Minimap ich vermute die Ballern sind das die mit dem Auto nicht unnötig vorpushen wir wollen hier nichts riskieren haltet die Deckung die haben wahrscheinlich nicht die Ballern aber glaube ich auf wen anders weil die waren sehr schall gedämpft die Schüsse warte mal ich tue mal kurz rein warte mal ich tue mal kurz rein bist du hier drin fehlt ah perfekt Björn weißt du der Hatter sehr geil sehr geil ich hätte ihn beim nächsten denke ich ohne Hatter verpasst ok ok dann hin warte ich muss mal kurz rein so jetzt der war nicht nocked ey ich links daneben wo sag ne Gradzahl äh läuft auf W zu oben auf dem kleinen Hügel ah ich seh auf n was hat grad gelegt kleiner ah ich seh ich seh's gut Jaja Hä ah ich seh'n ah der schnockt warte lass doch hin hab ihn hab ihn ja alter na ist du hast ihn getötet ja einige du fürst wieviel kills hast du ich hab 6 4 und du lehrer ich glaube 3 das steht ne das steht oben links das steht oben links du hast bis jetzt glaube ich nur nocked also äh nocked getötet dann wo das kommt noch kommt noch Lira ich boost mich mal voll Lira sag auch wenn du boosters brauchst du hast über deinem Leben anzeige ey da vorne ist der Loot Drop ich seh das wo ich lebe anzeige ne Anzahl und wenn da so ein Punkt ist umso schneller kannst du mit mich rennen und dann brauch ich nicht oder äh lass da vorne ist ein Loot Drop gewesen ja ja lass jetzt in ey wir müssen in die Dings laufen genau ja warte einfach hinterher laufen so ich hab kurz äh sniper nachgeladen ey da ist einer bei E ungefähr warte kurz oh fuck ich komm hier den Berg nicht hoch ich bin auf der anderen Seite vom Berg warte E ach so von hinten von hinten okay dann sag das warte wir müssen Pjörn helfen äh ich seh ihn ich hab ihn sehr geil sehr geil und auf dem Boden lag da vorne auch einer irgendwo ich glaub lass Hilfe fallen was ist jetzt los ich bin in der Wand egal äh warte du musst versuchen wieder raus zu kommen du darfst halt nicht an der Wand hoch ähm wir müssen laufen schnell sonst glaub ich überleben wir das nicht ja lass laufen die Border kommt also wir werden Damage bekommen und wir werden nicht gerade wenig Damage bekommen das heißt wir müssen Alter die ist ja schon da ich weiß oh scheiße wir müssen laufen einfach dem weißen Pünktchen hinterher deswegen oh ja sie kommt äh vergesst euch nicht zu boosten oder halt äh ihr könnt nehmt ein Mad Kit und wenn ihr ungefähr noch viertel Leben habt dann nehmt das Mad Kit okay Mira hast du ein Mad Kit? ich bin der Zone hast du Hilfe Koffer? ja doch hab ich okay dann nehmt das Triboda ist hinter mir oh ja bei hinter mir auch wie viel Damage macht die noch nicht so ganz viel? nö ja jede zwei Sekunden laufen aber wenn die halt ultra klein wird macht die dann viel zu viel Damage die Border endet in George Pool äh wir sind gleich da ich weiß wir haben es gleich geschafft wir werden das ohne großen Damage äh auch überleben ja und hinter euch gucken ich hab mich irgendwie so richtig er wusste sobald ähm und hinter euch gucken jo äh sobald ich drin bin hielt euch hoch mit Bandages dann ja aber nein da booste ich mich warte okay wie gesagt ihr kommt nicht nein das wird nicht klappen nein das wird nicht klappen du wirst ungefähr Hälfte verlieren da steht und äh immer Achtung da ist einer direkt am Horizont bei NW bei NW ich hoffe Schuss Schatz vor mir okay ich bleib hier am Baum ja ich seh'n ja ich seh'n ah ich seh'n okay holti holti äh Lira booste dich vielleicht ah ja hab ihn hab ihn sehr nice wartet ich nehm mich mal kurz ne ich booste mich mit Hilfe eines Schmerzmittels ich nehm mal hier kurz ähm die die next border wird dann denk ich auch kommen so sehr geil da ist ein Auto hinter uns lass das Auto nehmen ja ich weiß warte ich finische den noch schnell ah der ist tot nimm das Auto Lira war mit dem Auto ah da liegt seine Leiche hä? lol ich werde immer zurückgebacken hier liegt noch ne K aber ich glaub die braucht ihr nicht ihr seid nicht so da auf der auf der Straße wo auf der Straße direkt bei N warte ich versuche ihm einen Headshot zu geben hinter uns auch hinter uns hinter uns hörsch Achtung von allen Seiten jetzt jetzt wirds kritisch äh direkt hinter uns ich hab den einmal getroffen muss aber nachladen Säger jetzt in Deckung gehen Achtung da kommt ein Airdrop auf den Airdrop die gehen alle auf den Airdrop fahren 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 was wartet alle ins Auto los 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 warte 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 hallo hallo steig ein warte geh aufs Sitz ok los 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 vielleicht bekommen wir den Airdrop aber da rechts oben auf dem Haus oben auf dem Haus da ist einer fahr da nicht näher ran nicht näher ran ok ich hab nämlich gerade bleib hier oben auf dem Haus da ganz hinten äh bei bei dort wo der Airdrop ist der wird snipen ok wisst ihr was Baum und Deckung und dann Achtung George Bull George Bull George Bull ist eines der meist gelooteten Stations hinter uns hinter uns waren bei 150 ungefähr vom Berg ich kann nicht mal verlassen Achtung Pionni ich hab grad Shots gehört Achtung Auto hä ah da nein boah Lira ist nockt warte aufs Auto nein los 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 Pionni bin ich genockt? ja du bist genockt ja du bist genockt nein auch alter gegen ein Auto kannst du nix machen warum bin ich schade ich wär fast nicht das Auto ich hab das zwar mehrmals abgeballert er hat drei Leute mit einem Auto getötet wir hätten ah fuck wir hätten selbst ins Auto gehen können ja eben oh sch- oh schade aber sieben Kills Pionni 6 sehr nice Lira du schaust auch noch ein paar Kills Kills ist wenn ich Töte wenn jemanden tötest also beziehungsweise nockst wenn du nockst nockst und danach ist egal Hauptsache der andere Maid hielt den Kills schade schade